Die nächste eine Dreiviertelstunde, liebe Zuschauer, gehört nur einem, nämlich Rocky, gespielt von Sylvester Stallone. Wenn Sie diesen Superstar ganz gerne auf Video hätten, das können Sie haben. Hier hat noch niemand eine Chance gegeben. All die Scheißkämpfe, die ich gehabt habe, die waren auch nur Mist. Nur weil einer kommt und mir einen großen Kampf anbietet. Ich werde kämpfen und ich werde den großen Kampf gewinnen. Ach, nein! Sat.1 präsentiert Sylvester Stallone in Rocky. Wir leben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Also wird Apollo Creed einem jungen Boxer, einem aus der Reihe der noch Unbekannten, eine Chance geben. Als Begleitmaterial zum Film bietet Ihnen Sat.1 Rocky I bis Rocky IV auch als VHS-Videokassette an. Und genau so wird es gemacht. Der Preis pro Kassette 29,95 Mark. Und wer die gesamte Sat.1 Edition Rocky I bis IV bestellt, zahlt nur 111 Mark plus Versandkosten. Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Schreiben Sie an Sat.1, Kennwort Video, 65 Mainz 500. Das ist die Chance Ihres Lebens. Sie können auch telefonisch bestellen. 040 30 2013. Und nun der Punkt zur 15. und letzten Runde. Sylvester Stallone in Rocky II. Heute 21 Uhr in Sat.1. Ich hoffe nur, dass er in den nächsten Minuten etwas mehr Glück hat. Wenn Sie ganz gerne unsere Videokassetten bestellen möchten, liebe Zuschauer, dann rufen Sie uns ganz einfach an. Die Telefonnummer lautet 040 30 20 13. Oder schicken Sie Ihre Postkarte an folgende Adresse. An Sat.1, Kennwort Video, in 6500 Mainz 500. Sylvester Stallone also auf Video, liebe Zuschauer. Aber jetzt werden wir ihn live erleben. Die Weltmeisterschaft, die im Schwergewicht hatte, war zwar verloren, aber er wird sein Glück zum zweiten Mal probieren. Schüler! Still da, dass es sich mein Schwergewicht